Kapitel 4 Der Kult der Verdammten Am nächsten Morgen am Rande von Andorhal Genau da, wo suchen wir jetzt unsere Antworten und ich bin gespannt, ob wir sie finden werden. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Walk of Braille Reforged. Seht, die Kultisten des Totenbeschwörers. Was machen sie mit dieser Miene? Warten wir es lieber nicht ab. Angriff! Verfluchte Eindringlinge, sie dürfen den Plan des Meisters nicht behindern. Schlagen wir hier unser Lager auf. Wenn die Kultisten dort herumschleichen, möchte ich nicht ohne Verstärkung da rein. Ich bin ganz eurer Meinung. Besser ist es. Kultisten also. Irgendwelche... Arbeit ist vollbracht. Das Licht ist meine Stärke. Natürlich. Ein solider Plan. Fangen wir direkt an. Natürlich. Ich stehe für das Licht. Errichtet mehr Höfe. Das Licht ist meine Stärke. Ja, mein Lord. Na gut. Was braucht ihr? Ich bin hier, um zu helfen. Spürt meinen Zorn. Aus. Ein solider Plan. Was ist? Richtig. Na gut. Na gut. Ich gehe dann mal. Ja, mein Lord. Gewiss. Ihr habt das Licht verraten. Arbeit ist vollbracht. Elender Kerl. Das ist gut. Das ist gut. Ich gehe dann mal. Für die Ehe. Ihr habt das Licht verraten. Jetzt wird gerichtet. Arbeit ist vollbracht. Ich bin hier, um zu helfen. Ich bin hier, um zu helfen. Arbeit ist vollbracht. Gewiss. Für die Ehre. Natürlich. Ich stehe für das Licht. Ich stehe für das Licht. Gewiss. Für meinen Vater, den König. Natürlich. Gehen wir kämpfen. Die Gerechtigkeit wird sieben. Ihr habt das Licht verraten. Für meinen Vater, den König. Das Licht ist meine Stärke. Spürt meinen Zorn. Ah. Was ist das? Meine Idee. Jetzt wird gerichtet. Oh, mein Vater. Die Gerechtigkeit wird sieben. Das Spiel macht ja auch mega viel Schaden. Meine Stärke. Ich bin hier, um zu helfen. Gewiss. Nein, das ist das Licht verraten. Ein solider Plan. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Nein. Mit Ehre. Angriff. Ich bin hier, um zu helfen. Für die Ehre. Zieh uns das erst mal zurück. Gewiss. Um sich weiter aufzubauen. Richtig. Wir brauchen eine Schmiede, definitiv. Na gut. Und wir brauchen ein Segelwerk. Jetzt brauchen wir hier hin, direkt am Holz. Ich geh dann mal. Oh, das ist halt eine Arbeit. Ja, auch nicht dicht. So, was können wir dazu, ob wir denn hier noch machen? Ah, St. Kume und die Werkstatt. Für die Ehre. Jetzt wollen wir uns das Haupthaus weiter verbessern. Ich stehe für das Licht. Der ist leider gestorben. Ein solider Plan. Was braucht ihr? Die Gerechtigkeit wird siegen. Elender Kerl. Das ist halt gerade jetzt quasi das Haupthaus der Untoten, nennen wir sie einfach mal so. Für die Ehre. Ach so. Gehen wir kämpfen. Ich schau mir das mal näher. Jetzt wird gerichtet. Oh, Leute. Oh. Ah, mein Gott. Gewiss. Ihr habt das Licht verraten. Jetzt wird gerichtet. Für meinen Vater, den König. Befehle. Kerst nicht mal dran. Ich stehe für das Licht. Das ist sonderbar. Die Gerechtigkeit wird siegen. Ich kann helfen. Für euch gibt es keine Rechnung mehr. Zeit und ein Ziel. Richtig. So, jetzt habe ich den Schmied und kann auch den Schaflitz machen. Und wenn er jetzt einfach die Warte von der Zuhause kommt. Ich stehe für das Licht. Elender Kerl. Spürt meinen Zorn. Wo wollt ihr uns hauen? Für meinen Vater, den König. Elender Kerl. Das ist ein Wunder. Das Licht ist meine Stärke. Spürt meinen Zorn. Für meinen Vater, den König. Für die Ehre. Natürlich. Gewiss. Sind wir schon hier. Hallo, meine Kinder. So sehen wir uns wieder. Ich bin Kel'Thuzad. Ich muss euch eine Warnung überbringen. Lasst ab. Eure Neugier wird nur euer Tod sein. Seid ihr für diese solche verantwortlich Totenbeschwörer? Seid ihr der Drahtzieher dieses Kults? Ja. Ich habe den Kult der Verdammten aufgetragen, das verseuchte Getreide zu verteilen. Aber es ist nicht allein mein Verdienst. Was meint ihr damit? Ich diene dem Schreckenslord Malganes. Er gebietet über die Geißel, die dieses Land reinigen und ein Paradies ewiger Dunkelheit bringen wird. Und was genau soll diese Geißel bereinigen? Die Lebenden natürlich. Sein Plan ist längst angelaufen. Ihr findet ihn in Stratholm, wenn ihr euch selbst überzeugen wollt. Äh, warum tutet ihr ihn nicht? Für euch gibt es keine Rettung mehr. Alle Kornkammern sind leer. Die Lieferungen wurden bereits verteilt. Nein. Wir kommen zu spät. Für die Ehre. Ja, wir sagen, wir extra den Dorf. Geladen und entsichert. Was braucht ihr? Ich bin euer Schütze. Gewiss. Ein solider Plan. Für die Ehe. Natürlich. Das machen wir, das sollten wir nachher wirklich essen. Ja, mein Leben, Schell. Ich schiebe ihn nach Hause. Ich kann nicht die Scharfschütze meinen Platz einnehmen. Besteht Gefahr? Du hast alles gemacht, was du machen musst. Gewiss. Ach, guck an, hier waren wir doch schon mal. Ein solider Plan. Ja, jetzt gucken wir doch mal, wo es hier weitergeht. Natürlich. Die Spannung steigt leider vor mir. Gewiss. Natürlich. Ausbau abgeschlossen. Ein solider Plan. Rolle des Schutzes. Heiltragen. Rolle der Heilung. Und dann nimmt nochmal direkt eine mit. Und warum warum wir zwei? Die Gerechtigkeit wird sie. Für die Ehre. Besteht Gefahr? Gewiss. Das Licht ist meine Stärke. Für die Ehre. Ich bin hier, um zu helfen. Ihr habt das Licht verraten. Die Gerechtigkeit wird sieben. Gehen wir kämpfen. Ich bin hier, um zu helfen. Spürt meinen Zorn. Jetzt wird gerichtet. Kommt, ihr wisst. Natürlich. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Besteht Gefahr? Jetzt wird gerichtet. Ich stehe für das Licht. Besteht Gefahr. Spürt meinen Zorn. Ich stehe für das Licht. Fälzen, da haben wir dich. Naives Kind. Mein Tod ändert gar nichts. Denn nun beginnt die Verseuchung dieses Landes. Ja, aber die muss noch mal sehr kurz. Ich glaube, ich werde noch direkt eine mit reinziehen. Bei zwölf Minuten ist auch dann auch noch eine Folge. Komm, wir machen direkt weiter. Heute gibt es noch eine Bonus-Mission oben drauf. Ja, machen wir so. Machen wir direkt weiter. Ich freue mich schon. Und zwar Kapitel 5. Der Marsch der Geißel. Früh am nächsten Morgen nähern sich Arthas und Jaina der Ortschaft Herdweiler. Okay, bin mal gespannt. Mal Ghan ist also der Oberböse hier. Quasi der Chef von diesem Bösen, den wir da gerade gesehen haben. Bin mal gespannt, wer das ist. Herdweiler, endlich. Ich könnte eine Ruhepause vertragen. Offenbar rüsten sie sich für eine Schlacht. Prinz Arthas, in der Nacht ist eine riesige Armee untoter Krieger aufgetaucht und hat wahllos Dörfer angegriffen. Jetzt ist sie auf dem Weg hierher. Verdammt! Jaina, ich bleibe hier und beschütze das Dorf. Ihr beeilt euch und berichtet Lord Uta von der Situation. Aber… Geht, Jaina. Jede Sekunde zählt. Wartet. Was war in diesen Kisten? Nur eine Lieferung Getreide aus Andorhal. Keine Sorge, mein Lord. Es wurde bereits an die Dorfbewohner verteilt. Oh nein. Die Seuche sollte mein Volk nicht einfach töten. Sie sollte es in Untote verwandeln. Verteidigt euch! Die Gerechtigkeit wird sieben. Das Licht ist meine Stärke. Shit. Überlebt 30 Minuten lang. Okay. Das wird hart. Ich bin hier um zu helfen. Das Inventar ist voll. Ein solider Plan. Lass mir die Sachen hier mal liegen erstmal. Gewiss. Zum Stufe 1 brauchen wir nicht. Für die Ehre. Das Inventar ist voll. Ein solider Plan. Die Gänze ist immer gut. Für die Ehre. Okay, jetzt heißt es, hier müssen wir wirklich was tun. Die Gerechtigkeit wird sieben. Ich geh dann mal. Ja, mein Lord. Wir brauchen einen Priester. Richtig. Bereit zur Arbeit. Ich geh dann mal. Ich stehe für das Licht. Nicht erladen und entsichern. Ein solider Plan. Gehen wir mal los. Was braucht ihr? Besteht Gefahr? Ich bin hier um zu helfen. Die Scharfschützen besser angreifen können. Für die Ehre. Ein solider Plan. Uters Rückkehr in 30 Minuten. Natürlich. Ein solider Plan. Forschung abgeschlossen. Ich bin hier um zu helfen. Also wie gesagt, ich finde... Habt ihr ein Ziel für mich? Ich stehe für das Licht. Ich bin hier nicht dramatisch genug drüber. Da war der alte Erzähler doch deutlich besser. Gewiss. Allein dieses... Ein solider Plan. Müsste viel panischer sein, wisst ihr? Für die Ehre. Natürlich. Elender Kerl. Ihr habt das Licht fangen. Gewiss. Ja, scheiße. Ein solider Plan. Solider Plan. Von einer Heilung. Prinz Arthas. Die Streitmacht der Untoten ist eingetroffen. Haltet die Stellung. Wir sind die Auserwählten des Lichts. Wir werden nicht fallen. Neugut. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Was braucht ihr? Für die Ehre. Ich stehe für das Licht. Ein solider Plan. Ich geh dann mal. Richtig. Na gut. Ich komme um dieses Land zu läutern. Richtig. Ich geh dann mal. Für die Ehre. Natürlich. Für die Ehre. Gewiss. Natürlich. Das werden wir auch diesmal, glaube ich, machen. Gewiss. Weil 3 Minuten ist schon eine lange Zeit. Das könnte schon echt hart werden. Na gut. Arbeit ist vollbracht. Geladen und entsichert. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Richtig. Ich expandiere von hier. Dann haben wir zumindest zwei Stellen schon mal gesaved. Natürlich. Dann müssen wir uns nur noch um links kümmern. Für die Ehre. Ein solider Plan. Ja. Ich habe sie nicht von oben angehalten. Also, ich weiß nicht. Gewiss. Arbeit ist vollbracht. Geladen und entsichert. Gerichtet mehr Höfe. Machen wir mal. Oh, wir brauchen Höfe sehe ich gerade. Was fecht euch an? Kollege, ja. Komm her. Na gut. Na gut. Ja, mein Lord. Ich geh dann mal. Ich geh dann mal. Ausbau abgeschlossen. Ich hab mal ein Pferd getreten. Gewiss. Errichtet mehr Höfe. Arbeit ist vollbracht. Es ist mehr Holz erforderlich. Warten wir erstmal nochmal ab. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Wir sind hier safe. Forschung abgeschlossen. Guck mal hier. Edelsteine Waren Einsicht. Krasser Shit. Für die Ehre. Für die Ehre. Ah, da sind sie schon. Ihr meint, wir können uns ficken. Ein solider Plan. Nicht von uns. Arbeit ist vollbracht. Für die Ehre. So, soll es reichen? Ja. Richtig. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Ja, würde ich sagen. Natürlich. Gehen wir mal nach links. Um nach und nach hier anzugreifen. So, hier sind jetzt ein paar. Es ist mehr Gold erforderlich. Gold. Für die Ehre. Für die Ehre. Dann passt das schon. Ein solider Plan. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Gewiss. Ah, da sind sie auch schon. Seht ihr? Da sind die Schweine. Ein solider Plan. Natürlich. Für die Ehre. Na ja, und damit kennt ihr auch schon die dritte Rasse. Die Untoten. Also Menschen, Orks und Untote. Ein solider Plan. Natürlich. Genau, und euch wissen natürlich, welche Rasse das ist. Für die Ehre. Die anderen werden es bald rausfinden. Elender Kerl. Gewiss. Arbeit ist vollbracht. Spürt meinen Zorn. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Spürt meinen Zorn. Für die Ehre. Gewiss. Ein solider Plan. Vielen Dank für eure Hilfe. Bitte, nehmt dies hier. Gewiss. Natürlich. ein solider plan natürlich für die ehre ihr habt das licht verrat natürlich ein solider plan wir haben eine karawane untoter mit einer großen ladung verseuchten getreides ausgemacht diese karawane muss aufgehalten werden bevor sie die äußeren dörfer erreicht natürlich ein solider plan für die ehre gewiss natürlich ein solider plan schneller meine brüder wenn wir die lieferung verlieren lässt uns der meister köpfen natürlich für meinen vater den könig ich bete nur dass das getreide nicht noch mehr dörfer erreicht hat ein solider plan unsere stadt wird belagern die ehre gewiss natürlich gewiss für die ehre ein solider plan die sind noch zu stark bereit zur arbeit ein solider plan gewiss geladen und entsichert natürlich сил hausbau abgeschlossen Ich geh dann mal. Na gut. Geladen und entsichert. Richtig. Ich geh dann mal. Richtig. Ich kann hier nicht bauen. Ich geh dann mal. Für die Ehre. Ist meine Hilfe vonnöten? Natürlich. Ihr steht mein Arbeiter am Weg. Na gut. Ja, mein Lord. Unsere Stadt wird belagert. Richtig. Was? Nein. Ich bin hier, um zu helfen. Nein. Ihr Pisser. Ich geh dann mal. Ja, mein Lord. Ich geh dann mal. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Richtig. Aber es ist doch grau. Forschung abgeschlossen. Ja, mein Lord. Na gut. Ja, mein Lord. Ihr habt das Licht verraten. Was ist? Jetzt wird gerichtet. Was ist das? Ja, für meinen Vater, den König. Ihr habt das Licht verraten. Ein solider Plan. Arbeit ist vollbracht. Ja, mein Lord. Natürlich. Ich weck's, weil ich brauch hier mehr Schuss. Ich werde meine Leute da lassen. Das sollte man passen. Was fängt euch an? Ich bin euer Schütze. Nein. Ist meine Hilfe von nöten? Arbeit ist vollbracht. Ja, mein Freund. Ist jemand verletzt? Ein solider Plan. Richtig. Ich komme jetzt mit dem Koppel in Gold. Nachgut. Das ist ja so, dass ich mich schon mal aufgeregt habe. Hier werden weiter verbessern. Eisend ist ja da schon, dass ich mich schon mal aufgeregt habe. Man sollte das aufgeregt noch immer passen. Ausbau abgeschlossen. Für die Ehre. Oh, auch mal Störung. Nice. Kann natürlich mal helfen. Ein solider Plan. Auch das ist ja die Ultimate-Fähigkeit. Da kann ich halt sechs verwunderte Einheiten wiederbeleben. Das ist schon krass. Ich geh dann mal. Ja, mein Lord. Natürlich. Ein solider Plan. Ausbau abgeschlossen. Sollte kein Spiel sein. Wie gesagt, ich bin kein schwächer Spieler. Natürlich. Forschung abgeschlossen. Ein solider Plan. Unsere Stadt wird belagert. Was fehlt euch an? Fort mit euch dunkler Brut. Jetzt werdet ihr meinen Zock spüren. Weil die Macht des Lichts brinnt. Natürlich. Ein solider Plan. Ist meine Hilfe vonnöten? Ich bin euer Diener. Eisher. Zeit zu gehen. Natürlich. Ich bin euer Schütze. Ich bin euer Schütze. Für die Ehre. Natürlich. Forschung abgeschlossen. Für die Ehre. Gewiss. Für die Ehre. Natürlich. Unsere Stadt wird belagert. Forschung abgeschlossen. Gewiss. Für die Ehre. Damit haben wir dieses Getreidekarawane aufgehalten. Natürlich. Guck mal. Ein solider Plan. Guck mal einer an. Ogre sind von den Bergen herabgestiegen. Sie scheinen auf einen Kampf aus zu sein. Wow. Overlord. Jetzt wird gerichtet. Für die Ehre. Ihr habt das Licht verraten. Ja, mein Freund. Forschung abgeschlossen. Jetzt wird gerichtet. Das Inventar ist voll. Mit Stärke um drei. Kann schon mächtig sein, aber ich will davon nichts ablegen. Man, ich hab so viele geilen Scheiße. Spürt meinen Zorn. Großeres Inventar. Alter, 4000 Gold. Für meinen Vater, den König. Ich glaube noch nicht, dass das alles war. Richtig. Wir brauchen eine richtige Stadt hier. Kommt. Ja, mein Lord. Na gut. Ich geh dann mal. Egal, komm. Ein solider Plan. Komm, komm, gehen wir weiter. Für die Ehre. Ich meine, wenn wir die beiden Städte zerstören. Natürlich. Gibt es keine Anreize mehr. Gewiss. Würden wir wahrscheinlich sogar schaffen, wenn ich jetzt meine gesamte Armee. Mörser Kampf. Aber noch hinschicke. Ein solider Plan. Würden wir wahrscheinlich sogar vernichten können, aber dann hat sich unser Aufwand. Für die Ehre. Wenn ich das jetzt noch nicht tue. Ein solider Plan. Gewiss. Jetzt würde ich noch ein bisschen anpassen. Natürlich. Unsere Stadt berichtet. Wir Höfe. Gelassen Sie sich. Ist jemand verletzt? Jetzt werdet ihr meinen Zaun spüren. Ist meine Dichte vernünftig? Nein, sie haben den Turm vernichtet. Na gut. Ja, mein Lord. Arbeit ist vollbracht. Ich gehe dann mal. Bitte erst. Ja, mein Lord. Ist jemand verletzt? Ich probiere es jetzt. Wie ihr wünscht. So. Gewiss. Unsere Stadt wird abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Reise. Forschung abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Die Mann hat ja verdammten Schaden. Über 100, ey. Alter Schwede. Natürlich. Für die Ehre. 10 Minuten, ne? Sollte kein Problem sein. Ein solider Plan. Für die Ehre. Für die Ehre. Natürlich. Arbeit ist vollbracht. Für die Ehre. Gewiss. Ein solider Plan. Ihr habt das Licht verraten. Für die Ehre. Oh nein. Besteht Gefahr? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Gewiss. Ich bin hier, um zu helfen. Ein solider Plan. Natürlich. Ein solider Plan. Natürlich. Für die Ehre. Das war jetzt schon heftig. Meine Fresse. Ein solider Plan. Die Gerechtigkeit wird sie. Elender Kerl. Das war mit viel in den Stork ins Lager. Natürlich. Das reicht. Für die Ehre. Mit dem Ausrücken. Es ist ja auch nicht gedacht, dass wir... Das Licht ist meine Stärke. Befehle. Ich stehe für das Licht. Das war doch zu heftig. Natürlich. Die haben echt viel. Die haben echt viel. Die haben aber nicht ganz... Einmal nicht so möglich sein. Wisst ihr? Die haben eine Stadt an. Viel Großstadt hier. Wo wollt ihr uns haben? Jetzt aber Dali. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Alter, die haben aber ein Licht. Schwarte Titadelle. Oh, sie sind Farben. Shit. Das ist aber heftig. Ich bin hier, um zu helfen. Ich stehe für das Licht. So. Ein paar Christen. Eine Zauberin kann ja auch nicht schaden. Besteht Gefahr? Geladen und entsichert. Wir werden jetzt erstmal... Was fecht euch an? Ich muss ein bisschen heilen. Was braucht ihr? Ja, fünf Minuten. Und wir stehen ja auch eigentlich echt gut da. Kann man nicht weiter sagen. Wir sind zwar zurückgedrängt auf unsere Hauptbahn. Geladen und entsichert. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das sollte auch so kein Problem sein. Ich werde jetzt mal versuchen... Was ist das eigentlich noch? Ne. Ich werde jetzt mal versuchen, unter 80 zu bleiben. Und dann bekommen wir noch 7 Gold statt 4. Dann nehmen wir nicht so viele Produktionkosten mehr. Ich sage schon. Forschung abgeschlossen. Komm, wir haben noch eine Zauberin. Das ist auch 79. Wir sind eigentlich genau richtig. Wir haben noch genau 7 Gold. Das was wir hier kommen. Ist jemand verletzt? Habt ihr ein Ziel für mich? Komm, wir können noch ein paar Töne bauen. Wir müssen mal so viel Kohler haben. Kann das ja nicht schaden. Richtig. Ja, mein Lord. Ich kann hier nicht mehr gut. Oh, Magieströme sind heute launisch. Richtig. Richtig. Also, wir sind bereit. Ihr auch? Ihr Untoten? Ja, Leute, ich hab extra für das Spiel überhaupt genommen. Ich habe Zeit, ich kann jeden Tag aufnehmen. Stunde entlang. Wie gesagt, das Spiel wird groß und dafür braucht es Zeit. Wir können ja noch ein paar. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich stehe jetzt für das Licht. Jetzt wird gerichtet. Unsere Sterben wird verlagert. Das Rücken ist meine Stolz. Wir haben das Licht wahr. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Mine geht nicht im König. Ja, wir sollten die Kasse zu verleihen. Ausbau abgeschlossen. War noch eine zweite Kaserne, oder? Ich geh dann mal. Das ist doch was. Na gut. Natürlich. Ausbau abgeschlossen. Ein solider Plan. Ich kann hier nicht bauen. Wie, du kannst hier nicht bauen. Du musst mich verarschen. Du hast hier zu bauen. Arbeit ist voll brav. Ausbau abgeschlossen. Ich geh dann mal. Jetzt baue die Fakten-Faserne hin. Ja, mein Lord. Richtig. Ich bin hier, um zu helfen. Überall. Was ist los? Helft mir, euch zu helfen. Unsichtbarkeit, was? Das gucke ich doch mal aus. Oh, wie teuer ist das? Ich bin es dir egal, komm. Wenn ihr drauf besteht. Die Gerechtigkeit wird siegen. Das ist für dich schon live. Gewiss. Für die Ehre. Dann kann ich mal ein Helden schützen, sollte er am sterben sein. Was kann die denn noch? Immer langsam mit den jungen Färben. Ja, ist schon was cool. Ist ganz cool. Wir bleiben bei 970, dann haben wir es genau kurz vor Raumkosten. Unser Gold geht doch fast zu Ende. Aber das ist nicht schlimm, denn wir haben ja das Spiel fast geschafft. Ich bin euer Schütze. Ich bin euer Schütze. Ohne Notfall habe ich... Wieviel habe ich? Sehr viele Arbeiter, die ich noch zu Soldaten schnell machen kann. Bei mir werden auch Kinder bewaffnet. Knallhart. So, zwei Kasernen. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Okay, jetzt können wir auch noch hochpuschen. Aber jetzt bekommen wir eh kein Gold mehr. Komm, ziehen. Jetzt gehen wir auf Maximum. Alle Kasernen an. Werkstatt an. Antifestaturzug an. Jetzt ziehen wir hoch. Hoch auf 100. Zwei Minuten noch. Der finale Akten wird kommen, ich bin mir sicher. Geladen und entsichert. Immer mobil. Das Licht ist meine Stärke. Die Magieströme sind heute launisch. Für die Ehre. So, alle patrouillieren. Geladen und entsichert. 90. Und noch ein Bauer. Dann sind wir auch schon noch mehr. Perfekt. Perfekt. So, Leute. Wo seid ihr? Ich erwarte euch. In der letzten finalen Nacht. Bereit zur Arbeit. Wo bleibt hier? Und es ist mir das zu einfach. Geladen und entsichert. Sagt das Zauberwort. Sagt das Zauberwort. Feldbebel. Schon unterwegs. Befehle. Ja, mein Leben, Shell. Sagt das Zauberwort. Unsere Stadt. Sagt das Zauberwort. Sagt das Zauberwort. Spürt mal. Es ist unmöglich. Es sind endlos viele. Oh, nein. Ich stehe für das Zauberwort. Jetzt nachgerichtet. Ich stehe für das Zauberwort. Nur die Macht des Lichts. Brennt. Nie alle Hallüzen. Also sieht nicht aus. Licht, gib mir Kraft. Für Lorda, für den König. Uta, ihr hättet keinen besseren Zeitpunkt wählen können. Freut euch nicht zu früh, Junge. Die Schlacht ist noch lange nicht vorüber. Ich bin überrascht, dass ihr so lange durchgehalten habt, Junge. Wäre ich nicht gerade noch rechtzeitig gekommen... Ich habe getan, was ich konnte, Uta. Hätte ich eine Legion Ritter hinter mir gehabt, dann... Lasst euch den Stolz nicht zu Kopf steigen. Dies hier war erst der Anfang. Jedes Mal, wenn einer unserer Krieger im Kampf fällt, wächst die Zahl der Untoten. Dann sollten wir ihren Anführer ausschalten. Wenn es sein muss, gehe ich selbst nach Stratholm und töte Malganis. Ruhig, Junge. So tapfer ihr seid. Ihr könnt es nicht allein mit jemandem aufnehmen, der über die Toten herrscht. Es steht euch frei, mich zu begleiten, Uta. Ich gehe. Mit oder ohne euch. Ich hätte es auch ohne ihn geschafft. Locker. Locker. Okay, wir haben 232 Leute gefügelt. Meine Fresse. Zeigt mir jemand, der das auch geschafft hat. Okay, aber hiermit beende ich das hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, schreibt mir in die Kommentare und dann sehen wir uns wie immer in der nächsten Folge wieder. Das heißt, Walk of the Reforge mit Blatt. Ich freue mich für eure Feedback. Bis bald. Ciao.